servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben wächter der ersten im mythic einer von jetzt vier bossen die noch fehlen mit pain smith keltuzad und sylvanas dazu habe ich auch schon eine news gepostet in dem sinne ich werde die nächsten wochen wenn wir dann loslegen mit der gilde den sylvanas progress stream also wer bock hat da mittwochs und sonntags 19.30 twitch vormerken so in diesem sinne kommen wir zum boss der gar nicht mal so schwer ist im vergleich zum hc die wichtigste änderung ist de facto ihr habt ja diese drei pillar batterien whatever wie ihr sie in eurem raid nennt und da ist es ja so dass ihr euch da rein stellt wenn der boss sein destroyer cast macht also wo er euren raid abnippelt und da drin seid ihr dann quasi safe in dem fight müsst ihr es so machen diese batterien haben keine energie und die spieler die diese kreis debuffs bekommen die müssen sich damit auf jeden fall so stellen dass sie einen dieser pillar berühren damit der quasi aufgeladen wird und ihr damit in dieser phase wo das läuterungsprotokoll kommt überhaupt dass ihr euch da rein stehen könnt so in dem sinne beim ersten mal haben wir jetzt drei hits genommen jetzt seht ihr die bombe dazu haben wir eine meek aura die 123 anzeigt also eins der spieler geht eher links zwei geht geradeaus drei geht rechts ist ganz nützlich und der rest ist letzten endes fast wie hc die kernschmelze da müsst ihr aufpassen wenn ihr dazu nah dran steht anders als im hc seid ihr instant death also da dürft ihr nicht drin stehen und natürlich in dem beam den der boss da vor sich macht solltet ihr auch aus die drohne die darum fliegt ja sollte die auch nicht drin stehen und letzten endes habt ihr damit einen großteil der fähigkeiten abgedeckt außer jetzt noch das auslöschen da ist es so auf mythic wurde auch geändert glaube ich nach dem progress weil viele gilden das ding mehr oder weniger mit ein paar leuten gesolot haben ihr braucht jetzt vier spieler die in diesem einem smash drin stehen und in dem fall ist es am einfachsten wenn ihr das spieler machen dass die einfach immunities haben heißt dieser tank kommt beziehungsweise als erstes habt ihr den normalen tank hat dann kommt die fläche die gesorgt werden muss und da haben wir zusätzlich zum tank drei spieler drin die den ganzen bums so und die immunities sehen können sprich dann kommt man auf die benötigten vier und ihr seht es da links beim ersten haben jetzt zwei hunter und parla dann zwei schurken mage zwei hunter die mit demon hunter und danach noch mal zwei schurken und mage easy peasy danach beginnt eigentlich der ganze fight wieder von vorne ihr seht dann zu dass ihr die nächste batterie immer aufladen mit den flächen kernschmelze wieder raus denkt dran auch wenn ihr irgendwas ausweichen müsst die spieler mit den kreisen müssen auch in der zwischenphase wenn das läuterungsprotokoll kommt im kreis drin stehen wenn ihr da raus tippt seid ihr eigentlich hinüber mehr oder weniger oder zumindest ziemlich schnell deswegen achtet da auch drauf dass ihr euch vernünftig aufstellt und zu dem thema mit der richtigen aufteilung mit den kreisen gerade wenn es jetzt darum geht die batterien da aufzuladen wie gesagt eine week hour hilft wenn ihr euch da aber nicht super sicher seid das wichtigste ist erstmal lauft in diesen kreis rein seht zu dass ihr mit eurem kreis den pillar in der mitte trefft und dann guckt noch mal wo die anderen spieler stehen richtet euch danach einfach ein bisschen aus in dem fall jetzt wo ich dran war ich glaube es war zweimal das hat perfekt geklappt dass jeder auf seine position gegangen ist also da gab es wenig probleme zweites läuterungsprotokoll hatten wir zwei sechs genommen und jetzt bei dem dritten auch wieder zwei eigentlich waren da drei stück vorgesehen seht da auf jeden fall zu dass hinten raus ihr cds mit gibt druiden können da jedes mal bark skin ziehen beispielsweise nutzt es macht euren heilern so einfach wie möglich dann hier jetzt wieder schön dem strahl deutschen kernschmelze weg und jetzt sind wir in der phase kampf raus übrigens zum pull weil da am meisten damage raus bringen können jetzt sind wir an dem punkt wo wir noch 25 prozent übrig haben und der boss sterben muss bevor das nächste läuterungsprotokoll kommt weil wir haben eben keine fläche mehr wo wir uns rein stellen können und sind dann ähnlich wie im hc und im normal einfach dead wenn das zu oft gecastet wird ihr habt also noch genug zeit bis er ansetzt und könnt da locker noch zwei stacks von mitnehmen danach wird es aber ein bisserl happig und in dem fall ist jetzt pots werden hier zum ende wieder ready ihr seht auf jeden fall zu dass sie die nutzen könnt am besten eben mit cds und da noch mal alles raus knallen falls es damit technisch ein bisschen eng bei euch wird jetzt wer von den kreisen betroffen ist kann hingehen wo er will jetzt ist es komplett wurscht so wie ihr seht jetzt mit der bombe also es ist komplett lax weil ihr müsst nichts mehr damit aufladen seht einfach nur zu dass ihre mates nicht hoch sprengt und alles ist gucci und jetzt kommt das läuterungsprotokoll erster hit der haut noch nicht so krass rein dann ab dem zweiten könnt ihr zum beispiel barkskin mitgeben hier stehen jetzt dann alle cds die wir noch haben drei prozent noch um den boss zu killen und hatten halt länger einen toten dd das hat sich dann jetzt ein bisschen ausgewirkt aber am ende war es ein kill kill is a kill is a kill in diesem sinne danke fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen wenn dem so ist like abo glocke ihr kennt das spiel und damit wünsche ich euch viel erfolg beim nachmachen habt eine gute zeit und damit bis zum nächsten video reingehauen